Was war das jetzt? Ha! Fooled you! Super! Achtung! Die kriegen direkt Besuch! Puh, ich sollte erstmal ein Bütercreme essen. Leg das Bier weg! Heute ist Freitag und nach einer anstrengenden Arbeitswoche darf man auch mal ein Bierchen trinken. Hebel, Elemental Chamber Key! Und noch ein Buchenbrot! Danke, ich hab... Mhm. Ah, schön. Und jetzt? Klettern wir doch mal die Leute hoch! Mal abschicken, was dir geht! Merkwürdig. Oh! Knöpfe! Aber nur ein paar! Hm? Was hat denn jetzt? Ich fühl mich so duselig, du! Als hätte ich ein Bier getrunken! Ist gar nicht wunderschön! Ich soll das mal kompensieren! Au! Au! Uiuiuiuiuiuiuiui! Man droht jetzt bewerkstelligen... ...die ganze Körbe da! Warte, was machst du denn da? Drecklich wir was kaputt machen. Direkt klauen. Kaktusgrübel, wie damit? Ja. Hellgrau. Was haben wir damit? Ja, grün gibt es. Aber grau nicht. Und da hinten ist noch blauer Farbstoff. Miau. Ja, was soll man denn mit dem Farbstoff? Der Block hat sich verschoben. Drücken wir doch mal den Schalter. Hab ich. And now you're somewhere else. Nein, unten im Boden. Ja, hab ich doch. Ja, vielleicht nochmal. Oh. Dann sehen wir, wie das so duselig, du. Legen wir das hier mal ab. Oh, Brücke. Brauchen wir eh nicht. Oder nicht mehr. Hier, gebratenen Fisch. Namensschild, weiß ich nicht, brauchen wir auch nicht. Wo er das ganze Inventar zugeklumpatscht mit irgendeinem Rotz. Natürlich mitten rein. Was auch sonst. Oh, da ist eine Redstone-Fackel. Das ist Bedrock, so wie das aussieht. Ein mysteriöses Journal. Labyrinth. Ja, super. Ich finde, er hat mich jetzt schon verlaufen. Ich glaube, er hat mich jetzt schon verlaufen. Genau das Richtige für mich. Ich habe ja so eine Schädelgrube gefunden. Ah. Wrong way. Wrong turn. Jetzt geht das wieder los. Ah, ich glaube, da ist doch. Ist doch auch hier. Ja, wahrscheinlich auf der anderen Seite wieder raus. Ja, wo ist die andere Seite? Nehmen wir doch die hier. Wo bist du denn? Wo ist er denn? Oder ist das der Eingang hier? Weiß man nicht mehr, wo du bist? Ähm. Ja, hier so. Oh, nein. Risen Assassin. Kommst du, Jürgen? Ah, ich bin da. Ah. Ja, so kann ich das auch. Ja, der tritt hier in den Arsch. Wie sehen. Komm, erinnert ihn. Mist. 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 Ja, juppa. Das war schon nicht ganz so verkehrt. Das war schon sehr. Road. Schneckpoint. Hier bin ich. Hallo, abgespielt. Danke für den Follow. Was ist denn da reingekommen? Lass es mich so sagen. Ich bin hier hochgeklettert. Ich bin hier hochgeklettert. Ich bin hier hochgeklettert. Ich bin hier hochgeklettert. So kann es gehen. Ich bin hier hochgeklettert. Ich bin hier hochgeklettert. Ich bin hier hochgeklettert. Jetzt hat er schon vier da hinter sich. Ich bin hier hochgeklettert. Ich bin hier hochgeklettert. Ich bin hier hochgeklettert. Ich bin hier hochgeklettert. Fünf. Puh, Respekt. Ah, da bist du. Ja, toll. Mann, 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 Mann. Oh, und jetzt? Ja, toll. Okay. 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 Okay.